Wir haben Schnee gehabt, oder wir waren in rauen Mengen. Bis in letzter Zeit. Im Winter, wenn Schnee war, habe ich ganz einfache Brettel gehabt. Bin mit diesen Bretteln auf die Straußen gegangen, auf den Ambrusweg, der hat damals Jägerweg geheißen, und bin langgelaufen mit der normalen Bindung. Das hat natürlich nicht unbedingt gut getan, der Ferse. Aber da bin ich stundenlang, da habe ich mich selber beschäftigt. Skifahren haben wir sich keiner die Hand gegeben. Sie war halt mehr Draufgängerin, ich war mit Sicherheit gespielt. Aber ihr habt euch die Pisten selber treten müssen. Da hat es keinen Lift gegeben. Na ja, wir sind viel da gefahren. Da war der Hang da drüben, da ist kein Häusel, nichts gestanden. Da habe ich mich runterfahren und raufgehe und immer hin und her gefahren. Oder auf die Himmelswissen. Und wenn das nicht war, auf Pedersdorf, in Saugram, tat die ganze Umgebung. Da sind wir dann, wo das schon war, günstiger, schnell war, sind wir zum Skifahren gegangen. Oben im Saugraben, da auf der Heide, von der Heide runter, da ist der Saugraben gewesen, da konnte man wild runterbredeln. Aber ich war immer feuch. Ich bin einmal hingefahren und da mit den Skiern und dann bin ich runtergefallen und hingeflogen und die Skiern waren hin und das Skifahren bei mir war auch dabei. Im Winter haben die Hochbetrieb gehabt. Überhaupt zu der Zeit, da war Wiener bzw. da war Miener bei Niederösterreich geworden und die Wiener Grenz, da drinnen, die Rosennägel gegangen ist. Weil da sind viele von da, mit der Bahn, auf Karl-Neut-Gemaße, zum Skifahren. Und da haben sie hinten schöne Bahnwiesen gehabt, dann haben sie nicht weiter raufgehabt auf dem, wie heißt es? Die Wiener Hütten? Wiener, die Wiener Hütten und so weiter. Das war der, wie hat der geheißen? Da haben sie ein riesiges Gebiet gehabt, das sie ausgetoben hat können. Auch am Kaisersteig oder auf der Heide, ja. Oder Eislaufen gewesen. Am Pappelteich war das zugefahren. Und manchmal sah man von der Bergkirche im Winter, ich habe so eine kleine Rodel gehabt, ich habe sogar eine Freundin gehabt, wahrscheinlich vor, in dem Alter. Und da sind wir runtergefahren, runtergerutscht den Berg, der ist ziemlich steil, gebremst haben wir mit den Füßen. Und ich habe nicht mehr halten können, es war glatt heiß, bin über die Straßen gefahren und gegenüber war ein Geschäft, in den bin ich eingefahren. Da hat sich herausgestellt, dass auch das Haus von der Freundin von mir, nur meine Mutter hat brechen müssen. Und war sie mit einem schönen Daumen nach einer Das war die ganze Saison. Und da war sie mit einer Wechsel nicht nur dazu, sondern, ja. Und das war 12 Uhr. Und dann war sie mit dem Haus, aber da war sie irgendwie auch im Und das war nichts.